Liebe Krimlinge, gebt vor Nacht! Wir haben euch etwas mitgebracht! Das neue Album Krimgeflüster! Kommt am 1. September jetzt endlich raus! Wir haben lange drauf gewartet, wir haben lange dran gearbeitet. Ich denke auch ihr habt lange drauf gewartet. Am 1. September ist es jetzt endlich soweit. Ja, und wir sitzen heute nicht nur hier zum Vergnügen, sondern wir sind auch am Arbeiten. Das heißt, wir drehen gerade ein Video für einen Song, der auch auf dem Album ist. Also seid gespannt, liebe Krimlinge! Ja, willkommen im Niemandsland! Wir sind Koffein Tequila!